Hallo und herzlich willkommen zum Tippspiel für den zweiten Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Ja, der zweite Spieltag steht an. Bevor wir da aber reingehen, gucken wir natürlich wie immer nochmal zurück in Liga 3, wo der dritte Spieltag stattgefunden hat. Gar nicht mal so verkehrt, wie ich finde. 13 Punkte, ich bin Top-Tipper geworden, hab jetzt Platz 1 übernommen. Dafür dann zwei Spiele komplett richtig getippt, unter anderem hier Dresden gegen WMN, ja, ja, Waldhof Mannheim, Entschuldigung, und Halle gegen Duisburg ebenfalls mit 5 Punkten richtig getippt. Ja, ansonsten Streiber LP mit 9 Punkten, der zweitbeste Tipper des Tages. Generell sah es mit den Punkten halt auch nicht so krass aus insgesamt. Aber ich bin sehr froh, auf jeden Fall hier mit 13 Punkten jetzt die Führung übernommen zu haben. Tippabgabe, da habe ich natürlich schon meine Tipps abgegeben, die sehen aus wie folgt. MSV Duisburg gegen Ulm 2 zu 1, Ingolstadt, Saarbrücken 1 zu 2, Lübeck, Aue 2 zu 2, Dortmund 2 gegen Dresden 0 zu 2, Unterhaching, Viktoria, Köln 0 zu 1, Fähr gegen Freiburg 2, 0 zu 3, Sandhausen 1860 München 0 zu 1, Bielefeld, Regensburg 2 zu 2, Waldhof, Mannheim, Halle 1 zu 2 und Rot-Weiß-Essen gegen Preußen Münster ebenfalls 1 zu 2. Ja, dann springen wir in Liga 2 rein, auch hier, auch hier nochmal zurückgeblickt auf den letzten Spieltag. Ja gut, möchte man sagen, ja gut, ein kleines Pünktchen habe ich geholt, weil der HSV gegen die Hertha gewonnen hat. Das ist der einzige Punkt, den ich geholt habe, super schlecht abgeliefert auf jeden Fall. Top-Tipper ist Andy geworden mit 9 Punkten, Gratulationen gehen raus. Und ja, Emki ganz oben, meine Mutter dahinter und Jean auf Platz 3 aktuell. Ich meine, es ist noch sehr, sehr früh in der Saison, deswegen auch noch alle sehr nah beieinander. Aber auf jeden Fall Respekt an Emki, der hatte ja unter eines der letzten Videos geschrieben, dass ich mich nicht an seinen, zu dem Zeitpunkt glaube ich, zweiten Platz gewöhnen soll, weil er keine Ahnung von der zweiten Liga hat. Ja gut, Glückwunsch zur Tabellenführung, sage ich da nur. Mal gucken, wie es nach dem nächsten Spieltag aussieht, da habe ich auch schon getippt. Und zwar Schalke-Kiel 2 zu 1, Paderborn-Lautern 1 zu 0, Elversberg-Fortuna-Düsseldorf 1 zu 1, Hansa-Osnabrück 3 zu 1, Hertha-Fürth 0 zu 2, Hannover-Hamburg 1 zu 2, Karlsruhe gegen Braunschweig 2 zu 0, Nürnberg-Wen-Wiesbaden 1 zu 2 und St. Pauli gegen Magdeburg 1 zu 1. Und jetzt kommen wir dann in die erste Liga, schauen da natürlich auch nochmal ganz schnell zurück und sehen, wir haben am ersten Spieltag zwei Top-Tipper gehabt. Andy und Frankie, Gratulation. Ja, ich wollte gerade sagen, fast gleich getippt, aber das ergibt natürlich sehr viel Sinn, wenn man die gleiche Punktzahl hat. Bei Andy war es auf jeden Fall komplett richtig bei Wolfsburg gegen Heidenheim und bei Hoffenheim gegen Freiburg. Frankie hat ebenfalls Wolfsburg gegen Heidenheim richtig gehabt und dann noch... Ah ne, das war der einzige Punkt genaue Tipp, dafür hat er halt die Dreier, die Andy nicht hat. Okay, ja. Ja und bei mir, ich habe das Eröffnungsspiel richtig gehabt, die fünf Punkte da geholt. Ansonsten nochmal drei Punkte für Union gegen Mainz, ansonsten gar keinen oder nur einen Punkt. Insgesamt zwölf Stück. Auch hier sehr, sehr schön nah beieinander. Und ich bin sehr gespannt, Lastic auch hier, hi, auch nochmal neu dazugekommen. Hat dann noch die Sonntagsspiele tippen können. Dann schauen wir mal rein. Ich habe keine Ahnung, was uns der zweite Spieltag bringt. Er bringt uns folgende Partien, die wir natürlich mit Spielinfos abgeben, tippen werden. Auf jeden Fall haben wir Leipzig gegen Stuttgart. Leipzig mit der Niederlage gegen Leverkusen mit einem 2 zu 3 hat man da verloren. Stuttgart grüßt von der Tabellenspitze mit einem 5 zu 0 Erfolg gegen den VfL Wolfsburg, äh, VfL Bochum. Ja gut, anhand der Tordifferenz einfach jetzt gerade. Aber auch hier, nach sechs, sieben Spieltagen lässt sich vielleicht ein bisschen mehr sagen. Aber nach dem ersten definitiv nicht. Ja, auch deswegen Stuttgart mit drei Punkten, Leipzig mit null Punkten. Ja, okay. Ich gehe aber hier davon aus, dass Leipzig zeigen kann, dass sie es können. 3-1 gegen Stuttgart. Dann haben wir Freiburg gegen Werder Bremen. Freiburg gewann 2 zu 1 auswärts gegen Hoffenheim. Bremen unterlag 0 zu 4 gegen den FC Bayern München. Und für mich ist dieses Spiel irgendwie so ein 2-2 Kandidat, muss ich sagen. Dann haben wir Köln gegen Wolfsburg. Die Kölner mit einer 0 zu 1 Niederlage gegen Dortmund. Auch wenn es bis zur 88. Minute dauerte. Und Wolfsburg, ja, souverän, würde ich schon fast sagen. Souverän 2 zu 0 gegen Heidenheim gewonnen. 2 zu 1 für Wolfsburg an dieser Stelle. Dann haben wir Bochum gegen Borussia Dortmund. Ja, und da ist jetzt natürlich die Frage. Bochum unglaublich schlecht reingestartet in die Saison. 0 zu 5 gegen Stuttgart. Dortmund, ja, die mussten sich tatsächlich ein bisschen mehr anstrengen, als man erwartet hätte. 1 zu 0 an der Stelle gegen Köln gewesen. Und Dortmund gegen Bochum. Ich gehe mal mit einem 3 zu 0. Und hoffe, dass Bochum nicht noch fester auf den Sack kriegt. Dann haben wir Heidenheim gegen Hoffenheim. Ja, Heidenheim Niederlage. Das erste Spiel in der Bundesliga-Saison, oder nee, in der Bundesliga-Geschichte verloren. Hoffenheim ebenfalls mit einer Niederlage reingestartet. Werden sie aber hier wieder gut machen. 2 zu 1 für Hoffenheim. Dann haben wir Darmstadt gegen Union Berlin. Wir sehen, wettbewerbsübergreifend hat Darmstadt die letzten drei Spiele allesamt zu 0 verloren. Selbst gegen den FC Homburg. Union Berlin. Was willst du da sagen? Was willst du da sagen? Es ist halt einfach Union Berlin. Und deswegen heißt es hier am Ende 4 zu 0 für Union. Vierer Pack Kevin Behrens. Gladbach gegen Leverkusen. Gladbach 4 zu 4 gegen Augsburg. Leverkusen 3 zu 2 gegen Leipzig. Und hier wird es ein bisschen deutlicher. 3 zu 0 für Leverkusen. Dann haben wir Mainz gegen Freiburg. Äh, gegen Frankfurt. Meine Güte. Mainz mit der Niederlage 1 zu 4 gegen Union. Frankfurt gewann 1 zu 0 gegen Darmstadt. Tat sich ein bisschen schwerer an der Stelle. Und hier tippe ich auf ein 1 zu 1 zwischen diesen beiden Mannschaften. Und am Ende dieses Spieltages haben wir da den FC Bayern München, der den FC Augsburg empfängt. Ja, Bayern 4 zu 0. Auftaktsieg gegen Bremen Augsburg mit einem 4 zu 4 gegen Gladbach. Und hier wird es ein lockeres 3 zu 1 für die Bayern. Und dann ist das der Spieltag. Der zweite, um genau zu sein, in Liga 1. Folgende Ergebnisse haben wir dann. Leipzig, Stuttgart 3 zu 1. Freiburg, Bremen 2 zu 2. Köln gegen Wolfsburg 1 zu 2. Bochum, Dortmund 0 zu 3. Heidenheim, Hoffenheim 1 zu 2. Darmstadt, Union 0 zu 4. Gladbach gegen Leverkusen 0 zu 3. Mainz, Frankfurt 1 zu 1. Und Bayern gegen Augsburg 3 zu 1. Mal ganz kurz gucken, ob auch alle getippt haben. Nein, da fehlen noch einige. Ah, lästig. Sehr gut. Aber ich glaube, der hatte irgendwas gesagt von... Ah, ne. Dann hat er es nicht gesagt. Ich dachte, der hat die komplette Saison einfach jetzt getippt. Ähm, ja. Da muss bei einigen auf jeden Fall noch getippt werden. Das sollte auf jeden Fall aber noch funktionieren. Wenn ihr auch noch mitmachen möchtet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Da sind alle Links zu allen Tippspielen. Erste, zweite und dritte Liga. Reinklicken. Kostenlos anmelden. Kostenlos mitmachen. Gerne auch die kostenlose App herunterladen. Da werdet ihr 24 Stunden vor Tippabgabe immer noch mal informiert, falls ihr nicht getippt haben solltet. Hashtag keine Werbung. Alles kostenlos. Genau. Und dann wünsche ich euch ein wunderschönes Fußballwochenende. Bis dahin. Und ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.